Gratulation, Granit, Spieler vom Match. Was bedeutet dir, die Schweiz jetzt bei diesem wichtigen Spiel zum Sieg geführt zu haben? Ja, merci bei meiner Stimme. Komplett weg. So stolz, wirklich. Es ist ein unglaublicher Oben für alle Schweizer. Für uns, für die Mannschaft, für den Staff, die vieles richtig macht mit uns zusammen, die tagtäglich uns alles gibt, was wir uns gut vorbereiten. Das war für die ganze Schweiz, für die Schweizer, die uns seit Jahren und Jahren verfolgen. Und ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf die Mannschaft und vor allem, dass wir weitergekommen sind und das Ziel Nummer 1 erreicht haben. Wenn du jetzt eine Auszeichnung geben würdest, wem würdest du eine Auszeichnung geben? Die Mannschaft. Das Staff vor allem. Das Staff, das nicht im Hintergrund ist, sondern im Background, wirklich alle Sachen für uns vorbereiten. Ob das Medienarbeit ist, ob es Essen ist, Hotelorganisationen. Das kennen leider die Leute nicht. Und deswegen möchte ich eigentlich das sagen. Riesen Dankeschön von ihnen. Und so können wir Fussball spielen, weil wir uns total auf Fussball konzentrieren können. Super. Merci vielmals. Dankeschön. 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 Dankeschön.